also ich hätte auch einfach heute spaß haben können ein bisschen fußball dies das und ich spiele einfach rainbow six siege und wir spielen gegen die gegner sehen ultra komisch aus maybe cheat around i don't know die win rates sind eigentlich nicht gut genug dafür dass sie cheaten aber vielleicht ist auch genau das deren plan oder die boost nur kd türkwase ist Wo schwendest er es hoch jetzt? Ja komm auch ran auf den Meda irgendwie. Bro die Runde war die war sehr gut die Runde war sehr gut ey Rook steht da die ganze Zeit Top Square 2 Einer ist unten der kommt Mail Lobby ist ne Ash die ist ein Archive. Immerhin in Monty Monty ist tot. Oh hätte ich mich da einfach kurz geheilt wäre Klipp gewesen. Aber ich muss natürlich direkt wieder rein swingen Junge. Ehh das ist. User open area. Wie fühlst du das bei mir? Wie zum Fick ist sie noch unter den Lebenden gewesen? Alle drei sind oben noch. Ja easy das habt ihr. Aber das war trotzdem gut du hast übel viel Zeit rausgeballert. Mach die Go-Yos kaputt Mira und dann easy. Grüne Double Kill. Nice. Kannst du mir helfen Leschen? Ich werde das komplett aufmachen. Go. Zwei oben und 90. Ah. Ash kommt dann in die Öffnung. Ganz komisch wie die spielen. Ganz ganz wehre Nummer. Einer in. Ach Erik. Muss für Zeit spielen. Let's try. Ah. Wäre ich da nicht einfach dumm am peaken gewesen. Hätte mir das easy gewonnen. Aber die Silent Ash am Skylight habe ich nicht erwartet. Komme irgendwie nicht voran. Ich merk's. Das war's mit mir. Ist das ekelhaft. Und jetzt kommt das Happy Gadget raus. Oh. Ich hätte chillen sollen. Clash Spieler man. Hey. Danke für deine 100 Bits. Sehr dieb. Mein Golden. Ekelhaftes Gameplay. Ja. Ohne Hedges auf und so macht man da nix. Das war einfach ne schwache Attack. Und ne. Leider. Ziemlich noob freundliche Defense. Die einfach auch sehr strong ist. Ah. Es kann sein, dass der nochmal clash ist. Hoffe es nicht. Oh. Ich hab keinen Ingame Sound mehr. Ah. Wie kriege ich den Bug weg? Gar nicht. Oder muss ich jetzt gemutet spielen die Runde? Oder wie läuft das jetzt? Habt ihr da eure Erfahrung mit? Danke. Die Runde war insane. Die Runde war geisteskrank. Ich weiß nicht wie die Leute gestorben sind. Keine Ahnung. Ich komm rein und sehe so ein crazy Gameplay. Ist normal bei mir. Digga. Jede Runde so. Du kannst gerne bleiben. Jede Runde sieht bei mir genau so aus, Bro. Ne. Die Runde war schon echt clean. Ich weiß überhaupt nicht warum die Gegner gestorben sind. Hier haben wir geschossen. Und zack. Ich war auch ein bisschen aufgeschmissen als ich da im Closet war. Keiner hat 90 gehalten. Keiner war im Fahrstuhl. Das war wirklich sehr sehr besonders die Runde. Ja. Aber die Runde an sich läuft echt gut. Also ich mach ein paar echt gute Kills, Mann. Befürchte dir wieder eine Clash. Ich hab einen genockt im Hausmeister. Ja. Einer ist im Closet drin. Einer im Hallway. Und wieder Clash. Ist das ein Charme? Der ist oben rechts im Screen zu sehen. Ja. Wieder Clash. Da ist wieder der Cockgurgler 2. Normal war Clash eigentlich nie ein Problem. Aber jetzt gerade, das ist schon echt sehr uncool das Game so zu spielen. Wenn du halt einen Gegner hast, der sich dafür aufopfert keinen Spaß zu haben und einfach nur Clash zu spielen als Meat Shield für seine Mates. Ah, zwei Nutter. Im Hausmeister drin. Immer noch zwei Nutter. Immer noch zwei Nutter. Kräser liedern. Immer noch zwei Nutter. Immer selvlieder die Zirk, wer sie es nicht machst. ich dich schon seit Anfang angucke. Ey, danke dir, Bro. Vielen Dank für deinen Sub. Ist das hässlich. Ist das hässlich, Mann. Wäre ich nicht reingerusht wie so ein Vollidiot, dann hätten wir das vielleicht auch gewinnen können, aber... Ja, du hättest halt irgendwie Janitor pushen müssen. Und hoffen müssen, den mit einem Dropshot oder so zu killen, weil du ja sehr low warst, aber... Ja, gegen Clash kannst du nichts machen. Alter, Yoshio Poop, danke für dein ganzes Jahr an Subscription, Bro. Keine Drohne Square, schon verdächtig. 90-7. Die kommt gleich im Mainz, der ist mit Gridlock. Machen Hedge auf. Oh, scheiße. Ja, schade. Aber die haben eh keine Chance das zu gewinnen. Wir haben keinen C4 mehr, das ist schwierig. Besuch von außen aufzumachen, Pedro. Weißt du, Blue? Ah, nice one. Sehr schön. Alter, was war das für ein Clip, man. Das war... Das war wieder wild. Für solche Runden spielt man Rainbow Six Siege. Einer ist unten an der Tür. Sehr unlucky für mich, leider. Aber auch solche Tode muss man mitnehmen. Also heute noch gar kein Hacker getroffen, also Cheater. Aber gestern, glaub ich, zwei. Heute sehr guter Stream, was Cheater angeht. Aber die Matches sind an sich auch irgendwie ein bisschen cursed heute. Man, den Tod hab ich mir selber einzuschreiben. Das war einfach nur ein bisschen dumm. Also nie im Leben darf er dafür rewarded werden, einen Kill zu kriegen, indem er einfach unterm Hedge rum eiert, wie so ein Pelikan. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Einer Garage. Kommt an der Tür, glaub ich. Bitte ist einfach safe und locker. Nice. Sehr stark gespielt. Danke für den Carry. Ich muss das Gegner-Team eben wegräumen. Und weg mit euch, Junge. Zack. Und da ist das Fentanyl. Fentanyl.